In diesem Jahr zeigt Ihnen nur ein Kinofilm, alle Überraschungen, die das Leben und die Liebe zu bieten haben. Die Luft ist voller Gewürze. Marianne und Eleanor, so verschieden wie zwei Schwestern nur sein können. Liebst du ihn? Ich versuche gar nicht zu leugnen, dass ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe, dass ich ihn überaus schätze. Sehr hohe Meinung, überaus schätze. Eleanor ist anders als du und ich, Kind. Sie möchte sich nie von ihren Gefühlen beherrschen lassen. Columbia Pictures lädt sie ein. Je mehr ich über das Leben weiß, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ich nie einem Mann begegnen werde, den ich wahrhaft lieben kann. Romantik zu entdecken. Marianne, du musst dich umziehen, du erkältest dich so. Was kümmert mich einer Erkältung, wenn es so einen Mann gibt? Es wird dich kümmern, wenn deine Nase läuft und anschwillt. Du hast recht. Hilf mir, Eleanor. Leidenschaftlich zu fühlen. Warum hast du ihn nicht überredet, zu bleiben? Er wird seine Gründe gehabt haben, abzureisen. Ich weiß, es ist grausam, zwei junge Menschen auseinanderzureißen, die sich schon so lange zugetan sind. Eleanor, wo ist dein Herz? Oh, wenn dieser Regen doch bloß aufhören würde. Wenn du doch bloß aufhören würdest. Und alles zu riskieren für jemanden, den sie lieben. Ihre Schwester scheint sehr glücklich zu sein. Wir wissen so wenig von ihm. Willoughby! Nach Jane Austens zeitlosem Klassiker. Seien Sie bereit, ihr Herz zu verlieren und ihre Sinne zu spüren. Oscar-Gewinnerin Emma Thompson Alan Rickman Kate Winslet und Hugh Grant Sinn und Sinnlichkeit Gott 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 Untertitelung des ZDF, 2020